Manchmal denke ich einfach, dass ich hätte befördert werden sollen. Ich wollte ein Hauptmann sein. Manchmal muss man so viele Gefälle richtig in Ordnung. Und manchmal muss man eine Gelegenheit beim Schopfe packen. Also halte ich nach einer Ausschau. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Knie! Der Mäuchler ist nah. Wir lassen Sie in Ruhe. Das ist Ihr Liebling. Aber was, wenn Sie uns nicht erfüllen? Borg. Unfair, sage ich. Der Häuptling ist nutzlos. Würde mich nicht wundern, wenn der dunkle Herrscher mir dafür dankt, dass ich den Platz dieses Trottels eingenommen habe. Ich... Was war das? Geil, der Weichleifer! Ich arbeite sehr gründlich. Wenn du mich aufhalten willst, muss ich dich enttäuschen. Jetzt blute dir ein bisschen. Du bist doch gründlich an den Ohren. Geil, der Weichleifer! Dank ist das alles Alltag! Sie ist mein Gift! Fress dich von innen auf! Herr Stiegel! Mein Tod ist nur ein kleiner Rückschlag! Der dunkle Herrscher wird siegen! Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern! Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil währt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. Die Ostlinge. Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrin des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Ich rieche etwas. Wir treten keinen Mörden. Ja, wir sind. Ich bin der Mann! Was ist das? Was ist das? Es ist besser als Elben zu töten. Zu schade, dass es hier keine Elben gibt. Ich glaube, da hat sich... Euer Gewicht! Der Tod ist, um diesen armen Nagerschweinen zu leben. Einmal sind wir acht Tage durch, Maschine. Machen Sie das. Das war's. Das war's. Ich rasse den Knusprig-Braun, oh hier! Ich rasse den Knusprig-Braun, oh hier! Ich rasse den Knusprig! Wir versuchen sich vor! Warum habt ihr nicht geklopfert? Wenn ihr ihn schwächt! Der Kampf soll jetzt enden? Wo es gerade interessant wurde? Nicht mit mir! Möge den Knusprig! Ah! Ach! Ah! 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 Dankeschön, mehr Soh-Tou! Ah! Seht, der Waldläufer! Ah! 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 Wir sollten nach Minas Cittil zurück. Der Kampf wird nicht nur an der Front entschieden. Die Klinge muss nicht hübsch sein. Sie muss funktionieren. Du bist Abschau! Ich werde dir eine Lektion anhalten! Was hast du gehört? Irgendein Waldläufer hat deinen Kopf mal erlebt. Was ist das? Was ist das? Verschwendung meiner Talente! Abschau! Wo ist dieses Beil? Ich würde es schwören, ihr Einziger! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wo sind die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig. Aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Was ist das? Was ist das? Wo ist das? Das war's! Wo ist das? Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Zu Tode knüppeln. Für Gondor. Diese Nordmenschen sind so erbärmlich, wenn sie betteln. Bitte, ich habe Kinder. Als ob mich das sagt. Was? Dir das gehört? Das ist für Minas-i-Tier. Kämpfe gegen... Was? Na! 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 Geh! Ich habe gehört, diese Spinnen werden immer dreister und schwärmen Uruks, als seien sie besessen. Ja, das muss es sein, was? Ich will nicht, dass diese Käfer noch koordinierter vorgehen, als sie es sowieso schon tun. Folge deinen Gefallenen, Brüder. Gondor ist gerissen. Dieser kleine Wicht ist wieder da. Ich hasse es, wenn er zum Riff kommt. Ich weiß, dass sie nicht mehr so gut sind. Wir kämpfen schnell. Gut, dass wir ihn los sind. Die Mahne war ein verdammter Feindling, so wie er den Schatten umhergeschlichen ist. Ja. Aber was ist das? Du, Mörder! Was ist das? Eine Erkundungsmission? Alles, was ihr hier findet, ist der Tod. Gut? Wie geht's? Ja. Ja. Was ist das? Geh! Nur langsam, Tart! Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Diese Stadt ist ein würdiger Preis für den Hexenkönig. Aber sie ist nicht wirklich. Mit seinem Besitz wird die Wald anders aussehen. Alles hier wird sich ändern. Ich hoffe, es ändert sich durch Schwarz. Was hab ich da gerade etwas gehört? Kommt den Mensch! Lass ihn mich nicht fliegen! Gasscher Dick! Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Thalion. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Thalion. Das letzte, was meine Feinde hören, ist das Geräusch. Schlepp... Schlepp... Morg und ich sind mehr als Kopfzwillinge. Wir sind zwei Hälften eines Orks. Darum sind wir was Besonderes. Seit wir aus der Grube kamen. Die doppelte Intelligenz. Die doppelte Gerissenheit. Und zweimal das schrecklich aber dennoch edle Antlitz. Geh und finde das verdammte Südreinfeuer an! Siehst du, das war's mit dem Bein! Neh das! Ich bin zwei in einem. Wir beide hast Sinn. Widersch! 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 Beide. Aber echt noch mehr! Widersch! Legs fort genug! Geht euch bei den Flamenkern! Geh zurück! Ich nöse, dass da blöd. Wir sehen uns schon noch. Mein Bruder! Alles, 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 alles! Verständliche diese kleinen Spinnen! Na, natürlich! Ich schaue das! Oh! Oh! Es gibt keine dritte Fette! Kein Ohr kann uns besiegen! Schleicht hier jemanden rum! Zeit zu sterben! Schreck! Schreck! Das war's. Bruder, du dachtest, ich wäre besiegt, weil du mir was genommen hast? Ein paar Pfund Fleisch und Knochen? Mein Fleisch ist neu erschaffen. Ich bin neu erschaffen. Gestärkt, wiedergeboren. So wie du, Bruder, sobald ich dein Licht gelöscht habe. Riech! Die Kinder sind nicht aus. Die Kinder sind nicht aus. Ich habe das nicht aus. Der Flach ist nicht aus. Ich bin der Mann, der Wunschlack. Ich habe das nicht aus. Ich hach' dich in Stücke! Ich reiß' dir dein Herz an! Triff' mich doch! Jetzt will ich deine Schläge! Stirb! Du wirst ihm folgen. Vielleicht nimmst du nun meinen Platz ein. Geh! Du wirst ihm folgen! Du wirst ihm folgen!